Jetzt nehmt's auf, ja, jetzt ist gut. Also, ready? Ja, fix. Also mach mal den Gugus. Sagst du, auf welcher Seite du das dreist? Das ist kein Problem. Ja, mit rechts, mit rechts. Oh, ist jetzt der Heli hier? Ja, jetzt wird er klein, gell? Ja, ja. Ist gut? Ja, probier mal. Geht zuerst ein kleinster Weg. Du musst ihn drehen. Ich muss rückwärts laufen. Wir sind doch bei uns in der Hand hinein. Du bist schnell oder du? Nein! Du bist schon wieder verlangen. Oh, fang ich schon. Aber jetzt nimmt er in den Graben oder auch. Ich muss ihn prüsteilen. Sonst ist das nicht geil. Ja, ich seh den Himmel wohl. Hier ist Römmling, Mann. Ich steh aber nicht so gut. Du bist der Heli. Du bist Römmling, Geister. Oh. Lande, der Typ. Shit. So. Er hat sich überlebt. Jetzt haben wir den Kameramann. Und der ist der Pilot. Super Pilot. Aber eben. Nicht nachmachen. Es ist nur ein Blade 180. Also nicht so gefährlich. Mit einem grösseren auch nicht nachmachen. So wie wir sie machen. Also gut. Okay. Also. Bitte nicht nachmachen. Ja, ne? Nur, dass es gesagt ist. Das ist aber ganz normal. Machen wir immer. Okay. Also. Ja, also gib ihm da mal ein bisschen Energie drauf. Ja. Ja. Das Handy ist ja so schwul zum Filmen. Nein. Ja. Also geh du mal hinten. Abdeckung. Wollst du noch Abdeckung? Ja. 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 Warte. Ja. Warte, ich muss schnell, sonst wird es mit Trämmeln. Alles klar. Pausen? Ne. Ja. Ja, das ist gut. Also. Du hast ja wie ein Fasselflug. Einfach was ohne Fassel machst. Ja. Komm hinten mit. Wo ist denn ein Heli? Nein, ich weiß nicht. Ich gehe jetzt dann gleich um. Komm, machen wir lieber. Bevor etwas passiert. So, landen. Warte, warte, warte. So, haben wir einen drauf? Ja, ungefähr. Also, Kameramann, Peace. Pilot, nicht nachmachen. Nicht! Das ist ein kleiner Rally. Da kann nicht so viel passieren. Aber es ist schon sehr gefährlich. Also nicht nachmachen. Das war, wenn du fliegst. Panorama. 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 Also, das war's.